Hallo zusammen, ich bin der Adam und ich bin die Maja. Wir machen euch der Firma VATIT mehr als Polymechaniker. Könnt ihr mal mit, wir zeigen euch, was wir im Alltag machen. In der ersten Lehre lernt man konventionelle Maschinenbearbeitungsarten kennenlernen. Dazu gehören Bohren, Fräsen und Dreien. Im zweiten Lehre werden wir uns im konventionellen Bereich weiter vertiefen, so wie mit Programmiertechnik anfangen. Im dritten Lehrjahr vertiefen wir das Programmieren. Dazu gehört zum einen das Ausmessen der Werkzeuge und das Einrichten der Maschinen. Als Polymechaniker sollte man Interesse an neuen Technologien haben, handwerklich begabt sein und genau arbeiten können. Dazu solltest du gut in Mathe, Physik und Werken sein. In unserem Beruf gefällt uns die Vielfältigkeit. Und es macht uns mega Spass an modernsten Maschinen zu arbeiten. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in unserem Beruf gehabt. Wenn wir dieses Interesse jetzt geweckt haben, melde jetzt für ein Schnupperle unter diesem Link an und bewirte bei der VA2 als Polymechaniker. Bis zum nächsten Mal.